Hallo, ich bin Theresa. Ich bin der Michael. Hi, ich bin Maren. Willkommen in der Fassabteilung. Bei uns hier fassen wir alle gängigen Fassarten. Wir verschnitt, einreiben, Kanal. Und wir fassen auch alle möglichen Steinformen. Prinzess, Baguette, Herz, Navette. Was meinst du mit... Ist schon wieder am Arbeiten. Kommt mit! Über die Schulter schauen war gestern. Wir schauen heute auf dem Bildschirm. Wir haben ein super Betriebsklima. Wir helfen uns gegenseitig. Du hast die Möglichkeit zur Heimarbeit. Und es ist übrigens völlig egal, mit was du arbeitest. Mit der Kugel. Oder mit der Benchmade. Mit Pfeilnagel. Völlig egal, wir benutzen alles. Wir haben dein Interesse geweckt. Du bist ein guter Fasser. Dann bewirb dich bei uns. Genau, wir freuen uns auf dich. Swipe up!